Ja, wer wird dann verhandeln? Ich werde es schon machen. Okay. 100 Euro starte ich. 110. 120. 130. Ich sage sogar 150. Das wollte ich gerade sagen. Ladies first. 160. 190. 200 Euro gleich. Ui, jetzt, mit dem habe ich nicht mehr gerechnet da hinten. Ich biete Ihnen 20 Euro pro Löffel. 240 Euro würde ich Ihnen anbieten. Das ist stark. Mhm. Gut, das machen. Die müsste erst mal sagen, ob sie fertig sind. Also gnädige Frau, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie haben dürfte für 240. Soll man dieses Geschäft machen? Gerne. Gerne.